Hallo Leute, ich rufe die Piratenpartei an. 35.000 Menschen in Deutschland sind bei der Piratenpartei Wien in den Peak. Es ist eine internationale Partei. Jetzt rufe ich an, Berlin ist schon 17 Uhr, um zu erfragen, ob denn da bekannt ist, wie viele Piratenparteien es gibt, beziehungsweise, das kann man ja nachlesen noch, wenn man es nicht neigfuchst, wie viele weltweit. Ja, es läutet. Ja, hallo, hier ist der Andreas Mark Bernhardt. Ich mache gerade einen Podcast über die Piraten. Jetzt habt ihr 35.000 Mitglieder. Ich bin Sympathisant in Deutschland gehabt. Jetzt gibt es ja die Piraten weltweit. Ist da irgendwie eine Zahl unterwegs, was weltweit sein könnte? Dann eruiere ich das für Sie. Ja, ich werde eruieren. Sie waren jetzt einseitig am Podcast, also man hört Ihre Stimme nicht. Darf ich meine Stimme dort preisgeben mit dem Hinweis, ich habe Sie angerufen? Danke. Ich liebe die Piraten, die Internet- und Netzwerkpartei. Gell? Ich freue mich, dass es euch gibt. Mach ich, mach ich. Grüße nach Berlin. Tschüss. So, jetzt eruieren wir also mit hiermit, wie viele Parteimitglieder gibt es überhaupt bei den Piraten? Ja. Auf der ganzen Welt. Denn die gab es. Ich habe kleine Freischaltung, ist verrückt, auch betreut. Aus anderen Leben. Und da gab es die Piraten noch gar nicht. Und jetzt werden wir mal schauen. Ja. Ich mache hier Pause, beziehungsweise schreibe das Ergebnis dann unter dieses Video. Ihr habt euch wohl. So, jetzt rufe ich in der Schweiz an. Das rufe ich in der Schweiz an bei internationale Piratenpartei pp-international.net Kontakt. Das ist wieder Potsdam. Das ist doch wieder Schweiz. Deutschland. Entschuldigung. Das ist doch wieder Deutschland. Deutschland. So, wie gesagt. Es gibt also Piratenparteien in verschiedenen Ländern. Ich habe die... Entschuldigung. Ich habe mich vertippt. Um die Gesamtzahl der Piraten weltweit zu eruieren. Ja, mache ich jetzt erstmal den Call. Ja. Geht keiner ran. Jetzt versuchen wir noch die Presse zu erreichen. Es ist halt schon 17.30 Uhr. Ja gut, die Links kommen in die Beschreibung. Ja gut, das ist Piratenpartei. Und da verlinkt unten, ganz unten bei den Weblinks, ist der Link auf Piratenpartei Netzwerk der Piratenparteien. Und da, zehnt das Geburtstag, fällt gleich ins Auge. Mal zusammenrechnen, wie viele Piraten hat es jetzt weltweit. Denn die Netzwerk-Internetpartei, die brauchen wir heute frei. Gell, für ein Weltsystem Internet, wo Frieden ist. Ja, ich mache das jetzt on, auf meiner ProPirat-Seite und werde es gleich verlinken. Bis später.